so leute willkommen zu einer weiteren folge von let's play fifa street wir sind jetzt in der nationalstufe 2 angelangt ihr wisst bescheid hamburg auf gold abgeschlossen bonn und frankfurt auf silber und da die turniere 5 gegen 5 in stuttgart futsal in münchen 6 gegen 6 in leipzig einfach viel zu lange dauern wenn ich jetzt auf gold oder auf silber mache deswegen mache ich jetzt auf leicht jetzt nichts wundern aber ich mache jetzt auf leicht und ja ab regional stufe 3 geht es dann weiter dass ich das aufs gold oder auf silber spiele kommt darauf an was man frei spielen kann und so weiter in diesem fall irgendwo teamtrikot paket nummer zwei interessiert mich nicht paket nummer eins reicht vollkommen deswegen machen wir die scheiße okay ich bekomme mir nicht mal paket nummer zwei ich bekomme ja nur wenn ich es auf leicht mache irgendwas anderes und ja jetzt nicht wundern oh pitbull spielt auf leicht du kacknob ich will einfach nur dass es schneller geht ich habe keinen bock dass da so ein video eine stunde geht zwei stunden nur wegen den scheiß turnieren die machen so viele turniere so in meinem sturm pitbull hinten so soll es sein pitbull kann doch nichts der muss hinten in die abwehr emma ist eine person die ich bekommen habe da ich ja telefon klingelt ihr hört es bestimmt aber ich gehe jetzt nicht dran so ja jetzt bin ich voll aus dem konzept gekommen emma ist eine person die ich bekommen habe weil ich glaube ich turniere gewonnen habe beziehungsweise so challenges und dann durfte ich mir den kapitän auswählen emma ist ein kapitän von denen gewesen so jetzt wollen wir mal spielen uns weiter konzentrieren fresse halten da ist das ding pitbull hatten reingemacht 600 punkte noch mal ein replay bitte ich habe schon oft genug gesagt was der unterschied zwischen fifa street 1 und fifa street 4 also ich muss schon sagen der erste teil den spiele ich heute noch richtig geiler teil und ja was hat mir da so besonders gefallen man konnte die leute richtig weggrätschen hat so so ein game breaker also es hatte mit fußball nicht sehr viel zu tun aber der spaß war auf jeden fall da es hat riesen spaß gemacht das spiel und ja den zweiten teil habe ich leider nicht gespielt der dritte teil war natürlich lächerlich so ein comic style der war richtig beschissen der dritte teil den habe ich mir nur die demo runtergeladen und schon direkt gemerkt dass das teil scheiße ist so viel was geht vier das was wir jetzt gerade spielen gut hat nein in meinen augen nichts mehr mit fifa street zu tun gut man spielt auf der straße man hat schöne tricks und scheiß aber spielfaktor spielspaß und so ist so wie fifa 12 würde ich sagen was spielspaß betrifft aus dem grund dass man wieder keinen game breaker hat man kann die leute nicht richtig weg fallen das hat meinen ich bin ja kein fußballfan das wisst ihr ja und es hat in meinen augen eine menge spaß gemacht schade ich habe noch nie ein feilbegriff ziehter tor reingemacht oder niemals kommt aber noch so jetzt wo stehen meine männer kopfball auch nicht einfach mal weggeschossen drauf geschissen ja das war das einzige was man so weggrätschen kann so runter spielen und zack mit der hacke reingemacht nee ist nicht mit der hacke gewesen schade ouch jetzt werde ich mir ganz viele fifa 12 hater geholt haben nachdem ich sagte dass wir so ein bisschen wie fifa street aber ist halt anders gemeint als ich gesagt habe so der war schlecht der schuss ich war immer so lächerliche hackenschüsse ich lerne es aber auch nie so pitbull kopfball machst ihn rein und da hinten wäre auch schwer gewesen hoffentlich macht jetzt noch kein berein in den letzten zehn sekunden so weg damit erste halbzeit ein 1 0 für pitbull tv direkt weiter klicken ich gehe fortsetzen ich werde das alles nochmal auf gold durchspielen leute ich nehme das zwar nicht auf weil ich werde immer sehr sehr emotional wenn ich am verlieren bin das war mal nice ich werde auf jeden fall alles nur auf gold durchspielen weil ich wirklich alles freischalten möchte hätte pitbull jetzt daneben geschossen dann wäre er wirklich nächstes spiel auf der bank gewesen so ich hätte hoch zum pitbull passen müssen der kam leider zu spät ich habe ihn nicht gesehen und deswegen wäre dann vielleicht drin gewesen so wir versuchen jetzt einfach nochmal außerdem wollt ihr mal ein paar tricks sehen oder dafür ist das spiel ja auch da aber die lassen sich nicht austricksen die dreck säcke das war billig wieder pitbull lernt es einfach nicht mit dem scheiß hackenschissen so schönen ball abgenommen nach vorne rassen pass zack ist das ding drin nicht kopfball und da ist es endlich mal ein kopfballtor ja ich weiß Leute wir spielen auch leicht aber kann ich auch ein bisschen trainieren an dieser seite an dieser stelle so torwart kretsch beide männer um ich mach das wirklich nur weil wenn ich jetzt auf silber oder gold gespielt hätte ich wette da würde es jetzt wieder 2 1 oder so stehen für die gegner und da hätte ich wieder verloren golden goal oder so raus gehauen und dann im golden goal noch verloren und umso länger dauert es ja mit den videos machen ich will ja keine videos hochladen wo ich komplett ablose und die scheiße nicht gewinne aus dem grund mach ich jetzt die scheiß turniere jetzt erstmal auf leicht alle anderen mal auf silber oder gold wie ich lust habe und ja dann gucken wir mal auf jeden fall es sei denn da ist jetzt gleich so ein turnier und man kann auf gold irgendwie was gutes freischalten was ich unbedingt haben will ich meine auch so t-shirts von puma oder so scheiße ich jetzt momentan drauf braucht kein mensch torwart du bist doch bedeppert bist du also sowas blödes das müssen wir uns nicht nochmal ansehen was war das denn was war das denn torwart also sowas sowas aber auch Torwart, hier, du blamierst dich aber richtig, wollte heute. So, hallo, was macht ihr denn da? So. Noch mal den gleichen Span... Das sollte eine Flanke von mir sein, Leute. Ging voll in die Hose. Fragt mich nicht, warum. Kommt noch 8 Sekunden, dann machst du noch eins. Oder auch nicht. So, Leute, 3-1. Das eine Tor hätte ich mir auch sparen können. Torwart hat mir ja scheiße gebaut. Und ja, wir kommen, wir gehen jetzt zum nächsten Spiel weiter. Schick nicht so viele Punkte, weil wir ja auch leicht gespielt haben, ich weiß. Aber wie schon erwünscht, werde ich eh nochmal auf Gold durchspielen. So, nächste Partie. Blau gegen Rot. Äh, hast du ja noch verhandelt. Schwarz gegen Blau. Machen wir nicht. Ich möchte noch andere Trikots. So Standarddinger, hier so. Zack. Gegen... Schwarz. So, wir sind gerade auf Rang 21. Wir müssen auf Rang 8 sein, um das Turnier in Berlin abzuschließen. Rang 8, verdammte Kacke. Meine Fresse. Egal, gestern war ich noch auf Rang 31. So. Jetzt wollen wir noch ein paar Tricks sehen, Leute, oder? Schade. Rainbow Flick hat nicht geklappt. Dafür wird er gleich klappen. Da, 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 da. Komm, mach ein Eigentor, du kleiner Hoden. Schade. Willst du mich austricksen, oder was? Da muss ich noch früher aufstehen. Ach, Torwart, musstest du rauskommen? Das ist mir den ganzen Plan wieder vermasselt, hat er mir. So, Leute, was machen wir? Zack. Verkackt. Eigentlich hätte ich den Torwart voll weggekretscht. Der müsste ja eigentlich beide Beine weg haben. Ich will halt jetzt keine Tore mehr schießen, so voll die Lutschertore. Ich will schon coolere Tore schießen. Zack, Kopfball voll verkackt. Wie gesagt, die Flanke war scheiße. Deswegen will ich mal versuchen, den Torwart auszutricksen, oder ähnliches. Beziehungsweise mal ein paar Tricks machen. Werde ich jetzt mal machen. Wenn wir schon auf leicht spielen, dann können wir auch mal ein bisschen die Gegner demütigen. Torwart, halt das Ding doch! Wo ist der Ball? Schön abgeblockt, Pitbull. Da ist das Ding. Kopfballtor. Der Erste ging voll in die Hose, voll in die Fresse geschossen von dem Gegner. Zweiter hat gesessen. Zack. Drin ist das Ding. Weiter geht's. Schön ausgetrickst, den Ersten. BATZ! Ist das Ding nicht drinne. Wäre aber schön gewesen. Also Leute fragen mich schon, lohnt es sich FIFA Street zu kaufen? Also wenn ihr wirklich ein FIFA Street Fan seid, ihr müsst ja nicht mal ein Fußball Fan sein. Ich bin ja auch kein Fußball Fan. Ich mag FIFA nicht, beziehungsweise FIFA 12 oder sowas. Aber FIFA Street war schon immer mein Lieblingsspiel und würde es auch immer sein. Beziehungsweise der dritte Teil war für den Arsch. Aber FIFA Street 5 würde ich mir zum Beispiel auch kaufen. Also ich hole mir das. Ladet euch, äh, äh, leitet euch vielleicht aus. Guckt euch noch ein paar Videos an und dann wisst ihr es, ob ihr es holen sollt oder nicht. Also in meinen Augen lohnt sich das. Auch wenn es kein Gamebreaker und sowas gibt. Wird wohl, jetzt machst du ihn rein? Oio, der war scheiße. Emma, jetzt musst du noch ein bisschen üben. Da wollte ich einfach mal draufbolzen. Manchmal klappt es ja. Oh, das wäre nice gewesen. Habt ihr das gesehen? Ey, man macht den Rainbow Flick und da andere hätten reinmachen können. Das wäre nice. Ich will unbedingt noch so ein Rainbow Flick Tor machen. Jetzt nicht den Torwart generell verarschen, weil das habe ich ja eh schon... Ah, zum Glück hat er ja nicht gezählt, du. Spacken. So. Zwei der Halbzeit, Leute. Oh, oh. Immer blockt das Ding. Schön gemacht. Wir rennen's nach vorne, passt runter zu Pitbull und der macht das Ding nicht rein. So, was machen wir jetzt? Schade, ich wollte Torwart verarschen. Ich meine, ich führe ja schon, deswegen können wir noch ein bisschen rumalbern. Mann, Rainbow Flick habe ich glaube ich nicht drauf mit Pitbull. Ist immer der Nachteil, dass man nie weiß, welcher Mann jetzt welche Tricks kann. Man muss am besten alle freischalten. Watsch! Scheide. Ah, du Arsch. So, Pitbull war gerade AFK. Pitbull, äh, der kleine Hund fängt wieder an zu bellen, das geht mir voll auf die Eier. Sieg gut nachschließend mal schnell vorbei. Schnell zu Ende. Wieso macht er denn das Tor nicht? Wieso passt er denn jetzt nicht? Tor! 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 so viel Sekunden des Spiels vorbei ich weiß nicht, 1.3 oder 2.3, gar nicht aufgepasst, war aber die 2.3 so, nächstes Spiel vorbei fortsetzen hm, was viel haben wir denn eigentlich noch, nächste Partie ich werde glaube ich pro Turnier ein Video machen das wird einfach viel zu lang schöner Seitenwechsel gerade das war wieder schlecht in den Lauf gepasst die sind nicht schlecht die Leute bestimmt das letzte Spiel oder so aber haltet, nehmt mir einfach den Ball weg, wen ich gerade flanken will vor allem die Leute flanken oder schießen generell viel zu spät da wer ist das Ding, Pitbull hat es gemacht schön abgeblockt das mit den Flanken, das müssen wir noch ein bisschen üben das mit den Flanken, das müssen wir noch ein bisschen üben klappt ja auch wirklich nicht immer schade an dieser Stelle schade an dieser Stelle schönes Ding 6 oder 7 und 8 Punkte Flanke, äh Flanke und dann Volley komisch aus fahr robb passt Read ich bin wieder kann das war ein schönes Ding und ich hab noch keinen Fallrückzieher geschafft Fallrückzieher Nummer 1 und Fallrückzieher Nummer 2, Bats, ist das Ding drin ich wollte schon einen Rainbowflick machen und der hat mich einfach weggeschubst sowas aber auch Wieso rennt der immer nicht? Bleibt da einfach so stehen so erster Halbzeit geht 3 zu 0 zu Ende das Spiel fortsetzen Halbzeit 2 Schade Schade Hint mal nach vorne Leute, was ist da los? Schade ência noch 3 Schade alles bis zu Nieder Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf! Aus, 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 aus! Schön! Gut, gut, gut! Ja, gut, gut, gut! Ja, gut, gut, gut! Nice, das Ding! Ja! Auf, auf! Erstmal einen schönen Tunnel, schön gepasst und der macht den rein. Ups, wollte stricksen. Hat wieder nicht geklappt. Da ist das Ding. Einfach nur ins kurze Eck geschossen. Ja! Wieder mein Fehler zu weit vorgelegt beim Rennen. Den Ball. Ich darf eigentlich nur rennen, wenn vor mir wirklich keiner ist. Boah, Torwart willst du versuchen? Doch nicht. So, jetzt aber. Boah, endlich mal ein Tor vor die Gegner. Können ich dir wirklich? Weg, Weg, Weg! Weg, Weg, Weg! Weg, 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 Weg! Weg, Weg, Weg! Weg, Weg, Weg! Schade. Hätte ich hier klappen können. Auf sich war nicht nur die ganze Zeit! Ja, komm, 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 komm! Was ist denn? Wir sind der Drücker! Die Ball hoch ist jetzt! Gut, 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 gut! Gut, 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 gut! Komm mal da! 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 Sag mal, triffst du aber auch nicht das Tor mal vorhin. Du musst noch ein bisschen zielen lernen. Ist der Robert schon so weit draußen gewesen, dann trifft er das Tor nicht. Sogar noch 8 Sekunden, Leute. Was macht der Gegner draus? Schade, wär der durchgekommen, wär das Ding drin gewesen, Leute. So, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich freigeschaltet? Beziehungsweise wie viel Erfahrungspunkte bekommen? Naja. Ist halt so, weil wir auch leicht spielen, wie schon erwähnt. Wir kriegen fast gar keine Punkte. Ja, was soll's! So, nix. Ah, jetzt, Alter, wie lange so ein scheiß Turnier geht! So, jetzt sind wir im Viertelfinale angelangt und spielen für das Halbfinale. Je weiter ich komme, desto mehr Rangpunkte bekomme ich. Und wie schon erwähnt, ich brauch Rangnummer 8, um bei Berlin mitzumachen. In Berlin. Jetzt bin ich, glaub ich, auf 21. Ja, und 8 muss ich sein. Dann können wir endlich in Berlin mitmachen. Und dann? War schon gar nicht mal verkehrt mein Angriff gerade, mein Versuch eher gesagt. Schade. Ich dachte, über Torwart und dann zu Pitbull rüber. Ist das eine Frau im Tor? Man darf's ja gar nicht richtig bolzen, ne. Einfach weggeschossen. Oh, gleich wieder. Oh, gleich wieder. Oh, gleich wieder. Oh, gleich wieder. Paz! Pfeilrückzieher geht leider wieder nicht rein. Wieder aber ein schöner Versuch. Ball ist wieder weg. So, es wird langsam auch wieder Zeit für ein Tor, Leute. Aber nicht für die, für mich. Mann, jetzt hat er jetzt wieder falsch verstanden und ein Tor geschossen. Also sowas aber auch. Das wird immer schwerer. Wenn ich jetzt die Scheiße verliere und wieder alles umsonst gemacht habe, dann kack ich ab. So, Leute. Jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen anstrengen. Eben habe ich ganz lässig die Tore geschossen. Das ist das erste. Vor mir eigentlich gar keine Wiederholung, oder? Ich habe drauf geschissen. Ich habe drauf geschissen. Zweite. So geht es aber nicht, dass der Gegner schon 2-0 in Führung geht. Schön gemacht, immer. Dritte. Schön gemacht. Pitbull. Vierte. Leider auf Tricksen gedrückt, hat aber geklappt. Brüge sie es. Wieviel und zurück. Die Beine. Jetzt gehen nach rechts, du warst nicht. Nein. Vierte. Du bist ganz gut. Wieviel. Genau das Glück. Ja. Danke. betreibern. Wir sind jetzt. Bein. Für die Seite. Weck die Seite. Wir sind wirklich nie, wir sind. Ich bin hier, holt ihr zurück. Oh oh. Ich bin abgeblockt immer. So, erste Halbzeit, 4 zu 2, Leute. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich mich ganz kurz konzentriert habe. Die ganze Zeit ganz lässig hinten auf der Couch gehockt und mal gelegentlich ein Tor reingehauen. Wir haben 2-0 in Rückstand geraten und schon musste ich mich ein bisschen konzentrieren. Jetzt kann ich die ganze Sache wieder ein bisschen gelassener angehen. Und wieder versuchen ein bisschen zu tricksen. Ein paar Feilrückzieher zu machen. Boah, der hat Pitbull getunnelt. Ich bin hier aber aufgetauscht. Schaden. Ja. Zweiter Kopfballversuch, beide gehen nicht rein. Schade, voll vorbeigelaufen. Kopfballtor, Pitbull, wunderschönes Ding. Komm, jetzt verarsche ich mich nicht die ganze Zeit vor dem Tor. So, 5-2 Leute, weiter geht's. Halbfinale. Auch wenn ich jetzt im Finale verliere, nehme ich das trotzdem auf und stelle es hoch, weil ich muss ja einfach nur Rang 8 erreichen. Was ist das für ein Riese? Ich muss einfach nur Rang 8 erreichen, um das richtige Finale in Berlin spielen zu dürfen. Und nach dem Finale jetzt, beziehungsweise nach dem Spiel hier, wird mir angezeigt, was für ein Rang ich stand. Denn momentan bin ich noch auf 21, ändert sich aber danach, Leute. Das war ein scheiß Pass, Emma. Schöner Versuch, Pitbull. Warum hab ich jetzt von da hinten geschossen? Manche würden sagen, der geht niemals rein, aber der ging schon von da rein. Und zwar hab ich dann den Torwart getunnelt beim Schießen. Also möglich ist es. Manche Leute können sehr gut flanken, manche können es noch nicht. Man kann es ja auch freischalten. Hohe Pässe heißt das, glaub ich. Ich weiß nicht, ob jedermann das von mir hat. Oh, war das Flughauffball oder bin ich hingefallen? Schön abgeblockt, Pitbull. So, Emma vor. Und Emma macht das Ding. Wieder schön abgeblockt von Pitbull. Nicht schlecht. Ich habe leider einen Torwart rausgeholt, aus dem Grund hat er uns richtig verarscht. Und zwar alle beide. Ich hasse das, wenn er mir einfach den Ball wegnimmt. Geht mal ein bisschen weiter in die Mitte. Alter, ich wollte gerade sagen, da ist das Ding. Hätte doch gehen müssen, oder? Der Wolli-Schuss hat auch nichts gebracht, dass wir eben gerade er hätte gehen müssen. Boah, meiner noch ein Tor. 1-1, erste Halbzeit, Leute. Sind wir gerade Halbfinal, oder? Jo, wo soll der Kopfball hingehen immer? Was hattest du denn da vor? Ich wollte gerade etwas ausprobieren. Und zwar Antäuschen beim Schießen. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt habe ich es gemacht, aber leider ging er nicht rein. Oh, der Pitbull rennt doch, traur dich. Oh, der Pitbull rennt doch. So Leute, wer steht in der Mitte? Gar keiner. Aus dem Grund war die Flanke auch gerade voll für den Arsch. Schön abgeblockt, Emma. Kopfball daneben. Egal, Nachschuss hat gezählt. 803 Punkte. Schön gemacht, Pitbull. Wauw, in den Lauf gespielt. Wow, in den Lauf gespielt war viel zu weit Pitbull. Alles zur Pause. Jo, was wollt ihr die Bombe? Hier, Leute. Bin nicht zu Hause. блиnd. Wir haben uns zurück. Oh, da. Schönes Ding, Emma, Torwart hat leider gehalten, aber trotzdem war es schön. Schön, dass du auch mal ein Tor schießt, von dir haben wir noch gar nichts gesehen in der Saison. Ganz geliehen. Torwart kommt raus vorm Gegner, da ist die letzte Chance, sich noch ein Tor zu schießen. So, ich lege den Controller beiseite, das war's. 3-1. Und ich bin gespannt, was kommt jetzt? Finale, wa? So, Stufenfinale. Jut, jut, Stufenfinale. Jetzt sehen wir uns auch schön fein an für das Finale, schön in weiß. Dann wollen wir mal, Leute, die letzten 6 Minuten. Es wird wieder wie ein langes Video. Aber drauf geschissen. 1-2-3-2-3-2-7-3-1-2-3-7-9-9-9-9-9. Vielen Dank. Also der Nachschuss war lächerlich, hättest du auch sparen können, hättest du wieder Schuchz für immer flanken können, lässt der mich nicht vorbei oder was? Dafür ist der Kopfballtor schön gewesen, der Kopfball mein ich und das Tor, mein Gott, mein Gott, wenn ich zwei Sätze gleichzeitig sage. Schön. Viel zu weit nach vorne geschossen. Schade. Yo, schön angenommen von Pitbull und, ne es war gar nicht Pitbull, schön angenommen und reingemacht, nochmal die Zeitlupe. Mein Gott, ich wollte passen, hat der aber nicht gemacht. So, wo ist Emma? Da ist Emma. Pitbull muss noch passen üben. Pitbull macht das Ding. Anstatt dass Pitbull nach vorne rennt, dann den Ball holt. Nein! Was? Hey denn? Schlecht Emma. Hobsab du hast es versucht. Nein! Nein! Mann! Mann! Ich wollte eigentlich gegen den Zaun schießen und dass Pitbull da an den Ball vorgelegt bekommt. Hat nicht geklappt. Erste Halbzeit 2-0. Boah, leck mich am Arsch. Das war nicht schlecht, rennt einfach da durch und macht ihn rein. Genau wie ich. Boah, der hat mich nochmal weggegrätscht. Ich habe meine Beine langgezogen. Wow, nicht schlecht. Das war nice. Komm Emma, versuch's nochmal. Emma, das war ein bisschen zu fest. So, die Spieler werden übermütig die Gegner gerade. Boah, leck mich da am Arsch. Jetzt hat er mich wieder geschubst. Schade. Schade. So, aufgeholt schön Emma. Zack. Beide Beine gebrochen. Jo, schlacht der wer drin. Noch eine Minute Leute. In der Minute kann noch viel passieren. Die Gegner können noch ein Tor schießen und dann wird's vielleicht Golden Goal geben. Oder die können noch zwei Tore schießen. Oder ich schieß jetzt eins für das Ding. Zack. Kopfball von Pitbull voll für den Arsch wieder gewesen. Mein Gott, die 5 ist auch wieder kacke. Kopfballtor von Emma. Schönes Ding. Das war scheiße. So, das Stufenfinale geht 6 zu 3 aus. Pitbull TV ist der Sieger Leute. So sehen Loser aus. Und da ist unser Stufenfinalpokal. So schönes Ding Leute. Und ich bin gespannt was von dran wir jetzt sind. Das kommt jetzt. Ich habe ein gutes Gefühl ein paar dieser Teams haben wir bereits geschlagen. Warum sollte das im Finalturnier nicht anders sein. Also los. Finalturnier. Beenden. Steht ja nicht jetzt was für ein Rang ich jetzt bin. Sollte eigentlich kommen. Jetzt. Verdiente 1250 Ranglistenpunkte. Okay. Ranglistenpunkte 3201. Ich bin auf Rang 5. Das heißt wir können auf jeden Fall in Berlin starten. 5 gegen 5 Endrunde. Wenn ich das geschafft habe können wir in Regionalschufe 5 weitermachen. Und ich weiß das nicht Leute. Jetzt frage ich euch in den Kommentaren. Soll ich jetzt noch die anderen machen. Wie zum Beispiel Stuttgart und Leipzig. Ne Stuttgart haben wir ja gerade. Ob ich jetzt noch München und Leipzig machen soll. Oder ob ich im nächsten Video direkt Berlin machen soll. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.